Hallo zusammen, mich ist wieder heute Lager und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und zwar mal wieder um einen Raptora Mount. Hier haben wir nämlich einmal den Wüstenschwingenjäger. Und dieses Raptora Mount können wir wie die anderen auch schon hier in der Protosynthesenschmiede einmal herstellen. Bevor wir uns das anschauen, würde ich sagen, schauen wir uns einmal das Mount Special an. Hier so ein bisschen Flügelschwingen, ein bisschen Schreien, ist auf jeden Fall ganz nett. Die Farbvariante ist auch ein Ticken anders als die von den anderen Raptora Mounts, wobei die schon alle relativ nah beieinander liegen. Das ist dann denke ich mal eher so ein Collector-Ding, das man halt alle haben möchte. Gut, ich würde sagen, wir schauen einmal rein, wie wir uns das Ding einmal herstellen können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tully abschließen. Das sind etwa so zehn Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest, und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tully. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan. Und dann sollten wir als nächstes losteakern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount, ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Bauplan Wüstenschwingerjäger. Und das ist jetzt wieder ein bisschen tricky. Wir befinden uns einmal hier hinten bei den Koordinaten 62, 43. Und da bin ich jetzt einmal hier hochgelaufen zu dem Plateau. Und dann hier rüber gesprungen, ne, auf so einen, ja, kleinen Vorsprung, wie ihr seht. Also da unten kommt man hoch, hier ist das Plateau, da bin ich rüber gesprungen. Und jetzt müssen wir einmal hier nach oben. Und da werden wir jetzt mal probieren, ein bisschen mit dem Ventureport hoch. Wenn ihr quasi die Aufnahme ein bisschen später guckt und fliegen könnt, dann wird das wahrscheinlich überhaupt kein Problem mehr sein für euch. Aber ich muss mir jetzt einmal mit dem Ventureport am besten hochporten. Und da müssen wir mal gucken. Ich habe auch noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, ich habe noch diese Handschuhe, wo wir uns auch nochmal vielleicht ein bisschen porten können. Jetzt gucke ich mal, ob ich da hochkomme. Okay, da sind wir nicht in Sicht, oder? Ah, da seht ihr das? Und, ah, da oben haben wir das Ding, ne? Also da müssen wir dann einmal hoch und dann können wir das Ding looten. So, Dala, ich habe mich jetzt mit dem Ventureport nochmal eine Etage höher geportet. Und ihr seht, das geht alles. Wenn ihr hier nicht rüberspringen könnt, könnt ihr Ventureport 1 machen. Dann quasi auf den Vorsprung 2, 3, 4 und dann seid ihr einmal oben. Oder ihr wartet ab, bis ihr fliegen könnt und flattert einfach hoch und spart euch das Ganze, ne? Das könnt ihr natürlich auch machen. Dann haben wir jetzt einmal den Plan eingetütet. Sobald wir uns dann den Bauplan besorgt haben, brauchen wir erstmal ein paar Materialien. Und zwar benötigen wir einmal Genesis-Partikel, davon insgesamt 400 Stück. Dann brauchen wir unendlicher Ruf des Windes einmal und dann brauchen wir noch ein Raptor-Gitter. Sobald wir alle Materialien zusammen haben, können wir das Mount einmal herstellen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein queuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind zwei 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie dann alle untacken. Ich kann euch noch ein, zwei Tipps geben. Erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmen. Dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens drei Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK-farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pulle jetzt mal ein, zwei Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff. Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu fünf Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle fünf Sekunden sechs Prozent ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden zwei Prozent ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid. Ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett afk-t, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle zwei Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von zwei Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet. Denn nach zwei Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle zwei Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden, in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch. Und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann. Und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, da haben wir es schon Toxitonisch. Das könnt ihr euch holen. Oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zum Raptora-Gitter. Dieses können wir von allen Raptora-Fiechern kriegen. Das sind hier diese Vögel quasi. Und da gibt es unter anderem die Wüsten-Raptora. Ich bin jetzt hier gerade auf den Koordinaten 61, 58. Hier gibt es einige Wüsten-Raptora. Dort gibt es einige Wüsten-Raptora. Dann gibt es auch noch viele andere Raptora, die hier in der kompletten Zone unterwegs sind. Also das kann von allen möglichen von denen droppen. Ich würde tatsächlich empfehlen, hier die oben zu machen. Da sind ziemlich viele aufeinander. Sobald ihr fliegen könnt, ist das eine relativ schöne Geschichte. Und hier kann man nebenbei die Verspiden noch mitnehmen und die Raptora gleichzeitig farmen. Dann kommen wir zum unendlichen Ruf des Windes. Und zwar kriegen wir die Materialie von bestimmten Vögeln. Unter anderem verbesserte Ornid schimpfen sich die. Und wo das genau ist, zeige ich euch jetzt mal. Wir haben einmal diese Vögel hier auf der Insel vom Raid-Mausoleum der Ersten eigentlich großflächig rumflattern. Wir können jetzt mal ein paar Spots ablaufen. Und alle diese Vögel können quasi diese Materialie droppen. Die droppen die relativ schlecht. Ich habe jetzt insgesamt 87 von den Vögeln umgehauen. Und eine Materialie mit dem Main und eine mit dem zweiten Account gekriegt. Die sind aber auch zu dank Battle.net-Account. Also man kann die zusammenschicken. Mehr als zwei braucht ihr auch nicht. Dann könnt ihr nämlich alle Mounts damit quasi bauen. Also wir haben jetzt hier oben, seht ihr, zwei Vögel rumflattern. Und dann sind die hier an mehreren Stellen. Also wir laufen jetzt mal hier hinten einmal raus. Wir haben dann einmal einen Spot hier unten. Und zwar hier in dem Nest ist einer drin. Oben hier in dem Nest sind auch nochmal zwei. Beziehungsweise es fliegt hier auch noch einer rum. Das Problem ist, die kriegt man da relativ blöd runtergepult. Manchmal backen die. Dann ist quasi hier noch einmal einer. Wenn ihr hier hoch lauft. Dann haben wir hier unten an den Felskanten ein paar Hocken. Da ist unter anderem einer. Hier haben wir welche. Da sind nochmal welche. Hier vorne Hocken auch zwei. Dann ist da unten noch einer. Hier, da müsst ihr aber runterspringen. Den könnt ihr irgendwie nicht hochpullen. Der backt nämlich dann, wenn man versucht hochzupullen. Dann Hocken unten zwei. Einmal Hockt hier hinten auf der Kugel einer. Und dann Hockt da unten nochmal einer. Dann haben wir hier hinten noch einen. Und wenn wir dann einmal hier rüber laufen. Haben wir hier oben einen sitzen. Und dann könnt ihr eigentlich mit dem Goblin Gleiter, wenn ihr den habt, hier rüber flattern. Und zwar Hocken zwei hier auf dem Stein. Und dann haben wir noch zwei hier unten. Also das sind die, die ich eigentlich mal abgelaufen bin. Einmal im Kreis rumlaufen. Die spawnen relativ gut wieder nach. Und ja, es sind halt immer nur eins, zwei zusammen. Also heißt, mit der Ehen sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Und ja, ein bisschen muss man da tatsächlich schon farmen. Das sind eigentlich soweit die Spots. Vielleicht gibt es nur eins, zwei mehr. Da fliegen auch teilweise hier welche rum. Aber im Großen und Ganzen gibt es die da. Eine Alternative ist auch, dass man die hier hinten noch farmen kann. Da sollen auch nochmal ein paar Hocken auf den Klippen. Ich habe es jetzt aber tatsächlich hier oben gemacht. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Muts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Und ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tchala. Bis zum nächsten Mal. Tschau.